Wir haben uns infiziert, angesteckt vom Reisefieber. Wir sind jetzt neun Monate unterwegs, neun Länder, und haben festgestellt, es tut uns so gut. Es ist wunderschön, an diesen verschiedenen Orten auf der Welt zu sein, die Natur zu erleben, die Menschen zu erleben, das unterschiedliche Essen, die Zeit vor allem zu haben für uns. Es ist einfach rundum schön. So schön, dass wir gesagt haben, wir wollen weitermachen. Ein Jahr Weltreise war geplant, aber wir werden weiterreisen. Denn Reisen ist etwas, was unserer Seele richtig gut tut. An wunderschönen Orten in der Welt zu sein, ist etwas, was uns bereichert und erfreut. Und von daher, es geht weiter auf unserer Weltreise.